Ja, es ist ein Kevin-Clip mit 1000 Tabs wieder offen, Arbeitsspeicher weint, Mom. Ich bin gespannt. Bro, warum? Ich weiß nicht warum, aber dieses Auto hier, erinnert mich so krass am Basti, Bro. Digga, das ist ein Gabelstapler und kein Auto. Digga, dieses Auto ist einfach Basti, Bro. Ich weiß nicht warum, wenn Basti ein Auto wäre, dann wäre er dieses Auto, 100%ig. Ja, was ist das süß? What the fuck? Das ist einfach Basti. Random for your hair, ist doch sweet, oder? Und du hast einen coolen Bart, ist doch voll geil. Oh mein Gott. Und du hast eine Funktion. Ja. Als Sachen zu heben. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wenn ich früher geliebt habe? Wen? Gibst du Heppo? Nee. Ich glaube nicht. Heppo aus Bob, der Baumeister, war mein Favorite immer. Ja. Ah doch, klar kenne ich den. Der sieht wirklich so ein bisschen deinem Skin ähnlich, ne? Ja, Heppo war cool. Heppo war mein Favorite. Und der war dein Vorbild und deswegen ist der Skin halt so freulich. Vorbild, wahrscheinlich war Heppo mein Vorbild, wahrscheinlich war ein 6-Rädiger, also ein 6-Rad-Kran. Aber Lastgrad, einfach so Lastgrad ist geil. Ey, sag nichts gegen Heppo. Real-Talk gegen Heppo werde ich persönlich. Ja eben, aber dann ist es ja sehr offensichtlich, dass du dich da so sehr hast inspirierend dran lassen. Bro, was laufest du? Ich habe doch nicht mein Minecraft-Skin wegen Heppo so gemacht, wie er ist. Doch. Jedes Mal hat er Angst und hat rumgeheult. Ja, und wahrscheinlich... Ja, was ist süß. What the fuck.